Schöne Grüße aus Bingen am Rhein, endlich mal wieder Auswärtsfahrt, endlich mal wieder was Action hier auf dem Kanal. Das freut mich immer wieder sehr, wenn man so Touren machen kann. Hallo Freunde, herzlich willkommen aus Bingen. Heute spielt die Tour Skorplans hier. Wir haben hier ein schönes Auswärtsspiel, hoffe ich auf jeden Fall. Die Tour hierhin war ganz gut, also super, Daumen hoch an die Autofahrer. Lkw-Fahrer war nicht so viel, also schön geschmeidig hierhin fahren, hat alles sehr gut gepasst, hat mich sehr gefreut. Wir haben jetzt 14 Uhr, ich werde jetzt runterfahren Richtung Stadion nach Bingen, vielleicht schaffen wir es noch an der Rhein zu fahren. Ich muss mal gucken, ob man da gut durchfahren kann. Da sind noch Einkaufszentren, da gehen wir noch was einkaufen und dann gehen wir Richtung Stadion und treffen dann die Jungen. Auswärtssieg Leute, Auswärtssieg, ich hoffe das auf jeden Fall. Man weiß es ja vorher nie. Also runter geht's Richtung Bingen. Angekommen am Stadion von Hasja Bingen und jetzt geht es rein. Erwachsene. Erwachsene. Ich kann nicht nachher richtig zurecht. Tate. Was war das jetzt? Erwachsene einmal. Herein investors. Hallo. 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 Tate. Wenn er die Töne, wenn er siehört, trotzdem hat er große Liebe, wenn man Autor, wie man stoppt, nur noch viel Freiburg. Alle, unsere Welt wort sofort! Hallo, Nikes. Ich glaube, dass ihr möchtet! Komm her, ihr Pizzer! Komm her! Schiebe! 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 Schiebe doch gar nicht! Ja, das ist nicht pass kaputt, ich habe das, werme das nicht ن Zhang. Schiefer! 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 Das ist ein Skandal hier. Markus, hab ich dir gesagt, ihr feint noch Tore heute. Wir sind schon in der Vorwanderung. Das ist doch ein Elfmeter. Komm, Alter. Die Patte gegen uns. Der Kumpel-Fatte gegen uns. Vor und zu Kumpel. Vor und zu Kumpel. Das war's, das war's. Ja. 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 Alle, alle, alle! Wir sind die Einserin! Alle, 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 alle. Wenn das in den Schiffen steckt, doch der Stich ist ein Tod, ohne die kurze Schiffen, und am Ende will der Stich. Alle, 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 alle. Anschloss! 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 So, Latsche gewonnen! So läuft das hier! So läuft das! Schön abplatzen! Super! Habt das hier nochmal in Zeich! Da war ja ein Skandal! Klasse! Gut gemacht! Danke! Gut gemacht! Super! Gute Grüße! Immer weiter! Immer weiter! Immer weiter! Immer weiter! Immer weiter! Immer weiter laufen lassen! Alles Gute! Dankeschön! Super! Danke! Nice! Ich wusste gar nicht, dass heute schon so weit ist! Es gibt 250 Jänner! Für euch von mir! So und jetzt wird gefeiert! Schon am Zaun hier! So und jetzt wird gefeiert! So schlaz! So Ne! Hey! Hey! Na-ja! Jetzt sind wir wieder da! Und uns das Traum wird wahr! Wir werden pro Kalsieger! Schöne Bilder mache, so läuft das. Ich kann nicht rüberklettern. Ich werde Bilder verlinkt. Sehr schön. Ich werde nach hinten gucken gehen. Ich werde nach hinten gucken gehen. Ich werde nach hinten gucken gehen. Ein macht! Ein macht. Der Tag werde ich so schnell nicht vergessen, den kann ich auch nicht vergessen, weil ich alles gefilmt habe. Also Mann, oh Mann, oh Mann, ich habe jetzt noch ganz alt, wenn ich nur darüber nachdenke, wie die ganze Kurve die Mannschaft supportet hat. Also bis zum Gehtnichtmehr, Reinhauen, okay mit dem Schiedsrichter, die Skandale, ich denke, man sieht das Video teilweise. Ich weiß jetzt so genau, wie ich das Video reinbringe, aber der hat schon, ich weiß es nicht, also hat gepfiffen, das war schon immer normal, also man kann verstehen, dass die Leute da bis angehen, das ist ja auch normal, das ist ja auch Fußball, also das war echt schon krass, ich fand das krass, was der da gepfiffen hat, ich weiß es nicht, also teilweise sehr schlecht, fand ich jetzt, ist meine Meinung, könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Schöne Grüße an Dieter und Ute und alle anderen, also das war eine richtig geile Auswärtstour in Bingen, hatten wir sehr gut, die fallen heute und ich denke, wenn das nochmal da ist, ein Spiel fahren wir nochmal gerne hin. Mein Motorrad, die Letty steht im Hintergrund, da steht sie, ja die Sonne, ich wollte eigentlich noch ein bisschen Sonnenuntergang filmen, aber das ist heute leider nicht mehr drin. Wenn ich euch mit dem Video begeistern konnte, mit der Art mal wieder Action reinzubringen, gönnt euch ein Abo, würde mich sehr freuen. Natürlich live ist immer geil, aber das kann ja nicht jeder aus ganz Deutschland kommen, immer schöne Kommentare rein, das freut mich immer wieder sehr. Einige waren heute auch im Video drin, immer wieder schöne Kommentare aus ganz Deutschland, der die TUS hochkommen soll, müsst euch einfach gönnen, die Kommentare, sehr geil, finde ich immer wieder schön, begeistert uns immer wieder sehr, die Mannschaft pusht das nach oben, wir sind auf einem guten Weg nach oben, gefällt mir ganz gut, wie da der Moment läuft. Ich habe für den ganzen Tag große und ganze 20€ ausgegeben, da kann man nichts sagen für den Preis, im Zug wäre das natürlich alles teuer gewesen, aber für 20€ haben wir uns mal gegönnt mit dem Kanal. Mal gucken, ob das wieder einspielt, die nächsten Tage, in den nächsten Wochen. Ich mache mich jetzt runter an die Mosel, es wird dunkel hier, dann sehen wir uns im Stall in Oberwärth oder wieder auswärts und nochmal Respekt an die Jungs, an die Mannschaft, sehr gut gemacht, sehr gut gemacht, richtig geil nach vorne pusht, jetzt ist aber wirklich Schluss hier, kommen noch ein paar Outtakes, also bis bald, schöne Grüße von der Auswärtstour. Die Rollerzeit, wie eine Ferse. Wir haben jetzt zwei Heimspiele, dann haben wir noch ein Auswärtsspiel, Pokalspiel, seid ihr überall dabei, wir probieren jetzt überall hinzufahren. Wie schön. Vielen Dank.